Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Petitionen sind eine Fundgrube für parlamentarische Aktivitäten, denn viele Petitionen, jetzt habe ich es, werden nicht nur geschrieben, weil viele Menschen persönlich Hilfe brauchen, sondern auch, weil etwas faul ist im Staate Berlin. Und das vielen Menschen eben nicht egal ist. Sie wollen, dass wir Abgeordnete als ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter daran etwas ändern. Und viele Berlinerinnen und Berliner setzen sich dabei nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern auch für die andere ein. Diese Art von Bürgerbeteiligung sollten wir alle wollen. Und gerade wenn viele sich für die gleiche Sache engagieren, sollte es uns zum Nachdenken und vor allem zum Handeln bringen. In den von mir zu bearbeitenden Petitionen zu den Bereichen Bildung, Ausbildungsförderung, Hochschule und Wissenschaft, Kultur und Berliner Landesbetriebe konnten wir auch im vorigen Jahr sowohl Einzelnen helfen, als auch Veränderungen für viele erreichen. Gerade bei der Hilfe für Einzelne ist auffällig, dass Einzelfallentscheidungen schon in der Bezirks- oder Landesverwaltung möglich gewesen wären, die wir nur mit beharrlichen und zum Teil wiederholten Nachfragen erreichen. Da fehlt es manchmal an Empathie im Amt. Da wird auch deutlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Entscheidungen treffen, ohne genug Zeit zu haben, sich mit dem einzelnen Fall zu beschäftigen, weil sie überlastet sind. Und oftmals wird deutlich, dass die Kosten-Leistungs-Rechnung wichtiger als ein Mensch ist. Bestes Beispiel ist das im Bericht erwähnte blinde Mädchen, für das wir etwa ein Dreivierteljahr kämpfen mussten, damit ein Berliner Bezirksamt endlich die Kosten für die Beförderung zu einer für sie geeigneten Schule in Königs-Busterhausen übernahm. Ich bedanke mich hier ausdrücklich bei den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Ausschussbüros, bei Herrn Kugler und auch Frau Thamm, ohne deren Unterstützung ich das nicht erreicht hätte. Veränderungen für viele, nicht nur für viele Berliner Bürgerinnen und Bürger, die eine Petition eingereicht haben, wollen ja, dass diese Veränderungen auch für andere etwas erreichen. Und wenn es Massenpetitionen mit vielen Unterschriften waren und auch das Thema der Petition die Stadtgesellschaft erreichte und diese sich wehrte, wenn es durch die Medien begleitet wurde und wenn wir Abgeordnete uns eben nicht mit einer Senatsstellungsnahme oder eines Landesbetriebes zufriedengaben und handelten, immer dann konnten wir auch wirklich etwas erreichen. Wenn wir Petitionen eben als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich als Seismografen für das, was Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bewegt und daraus unser Handeln ableiten, dann wird auch die Anerkennung für unsere Arbeit in der Stadt wachsen. Dies ist im vergangenen Jahr bemerkenswert in drei von meinen Arbeitsgebieten gelungen, nämlich BAföG-Anträge werden in angemessener Zeit bearbeitet, die Stellen für die Schulsozialarbeit wurden zumindest für den laufenden Doppelhaushalt erhalten und die Busse der BVG werden wieder automatisch abgesenkt. Hier wird auch der Stadtgesellschaft deutlich, es lohnt sich Widerstand zu leisten, wenn falsche Entscheidungen in der Stadt getroffen werden. Ich möchte die Berlinerinnen und Berliner aufrufen, bleiben Sie widerständig, mischen Sie sich ein, auch mit Petitionen und ich hoffe, dass wir auch für die noch in der Bearbeitung befindlichen vielen Petitionen zur Planung der TVO in Biesdorf und Marzahn beispielsweise, zur Einstellung der Buslinie 325 in Reineckendorf, zum Lehramtsstudium Musik nach dem neuen Lehrkräftebildungsgesetz an der UdK oder auch zum Erhalt der Homer-Grundschule als staatliche Europaschule in Pankow, Lösungen für und mit den Bürgerinnen und Bürgern finden werden. Zum Abschluss möchte ich, wie schon im vorigen Jahr, darum werben, unser Petitionsrecht zu modernisieren, damit wir die bundesdeutsche Entwicklung nicht verschlafen und die Berlinerinnen und Berliner würden das sicher begrüßen, denn sie sind nicht nur in Berlin mit einem Spitzenwert in der deutschen Petitionslandschaft führend, sondern auch beim Deutschen Bundestag mit immerhin 459 Petitionen auf eine Million Einwohner. Dankeschön. Dankeschön.